So, erste Fahrt. Ich habe das von dem Rollrider auf YouTube gesehen, schon ein bisschen älteres Video. Ich habe mir gedacht, jo, ich kann fahren paar Mal lang. Schauen wir uns mal an, wie das so ist. Ich habe das geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist der runtergesprungen Nein, das machen wir nicht Das lassen wir erstmal lieber Jetzt fahren wir mal hier zu Ende und gucken, ob wir normal rauskommen Ah, hier ist der U-Haal okay Gut Gut, sind wir unten So, wir sind jetzt wieder hier am Kreuz Jetzt gibt es eine kleine Revanche mit dem Trail hier Erst jetzt mal ging es ja nicht ganz so wie ich wollte Jetzt soll es so gehen wie ich will So, wir sehen uns jetzt mal hier So, wir sehen uns jetzt mal hier So, wir sehen uns jetzt hier Sollte Weitere Richtung Weitere Richtung Weitere Richtung Ah, ich setze mal um, aber Das sollte mit Schwierigkeit dran sein. ach egal irgendwann geht es noch schön in einem rutsch so unten